hey leute herzlich willkommen heute zurück zu einer neuen folge video 8 mit dem squash natürlich und ja heute gibt es endlich ein fight leute und ich weiß ich bin schon richtig aufgeregt keine ahnung ich habe schon so oft war objekte mitgemacht aber ich war noch nie so nervös alter das ist echt nicht mehr normal so du bist da oben okay komm schnell ich habe noch genug level ok 21 uhr 15 treffen wir uns und deswegen auch hier sind gast da nicht schlimm so davon ist das portal schnell 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 das gezwiebelt die löser in die ganze auf dem server drauf vielleicht weiter innerlich okay leute aber ich bin bereit ich bin bereit für den kampf ich bin gerade erst nach hause gegangen ich bin eine stunde bahn gefahren und ich musste so dringend wissen ich war ich musste echt noch nie in meinem leben so dringend wissen weiter ohne witz das hat so unglaublich ne ich bin halt extra jetzt nach hause kommt für den fight weil ich wollte es endlich mal feiten ob die sind drauf einer ist drauf zwei erst mal schnell wir müssen nicht sagen am portal raus wir gehen direkt angreifen wir die und zehn haben die gesagt wegen pass auf zusammen ein ja nein ganz schnell zum verstecken wo ist das wo ist das ja bei mir generell die welt ja ich glaube dahin wo du hingehst sicher nein das ist falsch das genau fall um andere richtung ne oder doch andere richtung schnell 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 wir müssen noch schnell den bogen machen bevor wir kämpfen oh gott schnell bitte sagen wir jetzt gar nicht eingespielt schaut mein finger verbrannt leute ich hoffe ich kann fighten alter es wäre richtig scheiße wenn nicht ich habe richtig stand lags gerade echt was ist das ja dann start mal dein meingriff neu ne warte er ist geht aber wenn du stand wechselst dann starte mein meingriff kurz neu nein das hier ist noch kurz rein ich glaube ich weiß woran es liegt woran ja ich bleibe draußen damit ich gucken kann wenn jemand kommt okay dafür musste ich aber einmal runter vom server weil ich die aufnahme beenden muss okay mach ja er startet kurz bitte dann schenken wir es nicht so schlimm nein 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 ist nicht der pc er war die sehende audio läuft jetzt hier noch weiter müssen da rein ist die abstipseln so 3 2 1 0 und weg okay ich hoffe das ist jetzt gefext am hier mein paar zwei wohnen aber anders in der kiste wussten anbauen ist den habe ich hier die warte bewacht bewacht die ap3 bin ich alter bin ich nervös fast schon alter jetzt schön wir haben besseren staff glaube ich aber wir haben ja schon voll die roll ich habe gedacht wir uns fehlen noch schuhe oder so ich habe gedacht wir haben die letzte folge noch gegeben oder was stimmt 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 ja jetzt sind die stammdecks echt weg oh gott warum ist hier kein regen so alles fresh spring okay wir können stop fire placen wer seid ihr von telegram sie kennen mich von diversen apps wie zum beispiel das ist klar kriegt er erst mal ein double damage hier nee komm ey was ist das für ein typ da hinten da hinten da sind sie wer ist das reike und dings was macht der typ da jetzt warum ist dieser pass auf den anderen auf ja okay die haben nicht so guten staff wie wir immer schön draufstehen nämlich zweimal getroffen habe ich auch einmal getroffen einmal noch gar kein getroffen ich habe noch gar ich habe komplett für ich bin komplett am verändern versuchen die ein bisschen zu forsen ja eine geppelt ich treffe gar nicht kommt da eine nicht abstauben das wäre jetzt richtig scheiße nur geppelt wenn es nötig ist immer sonst die healpots nehmen scheiße ich habe gar kein inventar so und fängt es eigentlich wieder an zu regnen so ich habe dir richtig gut gegeben ja am sport ist irgendwie protection dass es da nicht regnet oder so ich kann ich alleine nicht wussten warte ich bin alleine hallo bist du ich fahr ich hänge hier fest er hat ja geil ich trinken pot man verdammte scheiße ja ich bin ich bin angeht ich bin voll das ist in einem habe ich hart gegeben ursicht bin low life in low life zurück wird nicht stirbt nicht ich bin dort ein bisschen nicht hilfe 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 hilf mir hilf mir jetzt rück geht zurück wenn du low bist gehen ich bin ich bin ich nicht riesig ich habe ihn nice man gg 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 leute gg hat heil oh gott ja okay klar ey die hatten auch healing äh echt der hat ein heiltranky gedroppt echt jetzt lol ja echt jetzt oh gott mein herz alter mein herz mein ausrast vergratet weil du steckst es irgendwie drei jahre später dass du dich gekillt hast ne ich denk mir so junge bist du jetzt tot oder warum hältst du grad dich fresse alter oh man hä aber hab ich doch gar nicht ich habe ihn doch erst gekillt als er die enderperle geworfen hat also er ist durch die enderperle verreckt echt oh ok ja gg hast du die kannst du verlieren ich muss die kiste machen ich muss irgendwie die kiste machen hier ich kann keine kiste machen ich kann nicht mehr oh wo ist das achso ok das ist der scharf alter ja ich bin noch am durchsteuer ich krieg keine kiste gemacht wollen wir 1x1 gegen ihn machen hallo was protection 4 als ob protection 4 eisenbrust ja ok aber das ist dir muss besser ja aber warum macht man sowas ich hab es dir dir schwert hatte der übertreiben übertreiben nicht ernst wollen wir gegen 1x1 gegen ihn einfach machen ja oder ich mach das dann oh gott ist mit mir recht ich mach dann oder oder willst du nein nein ich zitter viel zu viel zu viel du musst du musst ok ich mach ich schaff das ich schaff das komm komm erstmal lass ihn wieder treffen und lass ihn nicht so lange getrennt sein ja ich bin auch am sachen durchsortieren wo bist denn du ja ich bin da wo ich die typen gekillt hab ich hab noch ein schadnis 5 eisenschwert nein ich hab ein schadnis 4 diashwert ok ich muss doch irgendwas ok ja lass mal treffen bitte ich will jetzt nicht die ganze zeit alleine sein ich will nur noch den bogen auf sein nur noch den bogen wir müssen dafür irgendwas kurz rauswerfen kohle so hä der bogen backt ja geil der backt irgendwo rum ich hab ihn power 3 nochmal scheiße war das gut oh komm oh schau das wird ich mach dir den Vilo und ich kann ich 3 ender fällen hab ich jetzt 3 ender fällen du musst mir dann gleich schon deinen guten stuff geben ne ich hab noch protection 1 diapos was hast du noch so ich hab protection 1 ich hab jetzt auch alles protection 1 und auf der hose also ich muss den besten stuff haben damit ich nicht verkacke ja aber wenn du verkackst dann haben wir den besten stuff aus der hand gegeben das wäre dann natürlich ein problem ja das wird nicht passieren wir müssen trotzdem alles bei einer kasse links darf keiner von den sterben der ist 100 pro aufholt ja würde mich echt wundern wenn ich alter ich hab noch nie noch nie in einem kampf so unfassbar veräumt wie gerade eben und trotzdem hab ich den irgendwie kehrt unglaublich ich hab noch nie so daneben geschlagen der eine war so lowlife von mir deswegen ist er ne abgehauen oh van alter ja ich kann mir vorstellen dass dieser typ ein bisschen angst hat wegen 101 weil äther power 4 bogen hat der eine gehabt ich hab noch einen schaden ist die iron sword ich könnte mir ein paar 4 bogen machen kannst du es machen ich muss mal kurz gucken wie viele level das kostet zwölf zwölf ja so viele habe ich nicht ich brauche nur eine spitzhacke ich bin immer noch so am zittern obwohl der kampf vorbei ist aber das liegt dann wenn es dir so kalt ist ich decke mich mal zu hier ja mir ist raucht ich decke mich mal zu los ah ah perfekt gut ah da können wir uns richtig schön die rüstung zusammenschmieden mit den ganzen dia sachen die wir jetzt noch haben bekommen haben ähm ellen warte wie viele level hast du ellen ellen ja wie viele dings hast du level level 2 nur lass mal kurz zur base einige sachen verlagern junge die bessere anrichtung warte aber ah ok warte aber lass mal kurz gucken das war doch das team cloud cloud ja das lass die kiste von den looten weezy also auf jeden Fall läuft die g an euch natürlich dass ihr euch getraut habt gegen uns zu kämpfen natürlich wir hatten ähm ähm viel besseren stuff in dem Falle nicht mehr legit äh jetzt hör mal auf das zittern hier war das nicht team cloud ich hatte es jetzt team cloud wir schauen einfach nach doch das war team cloud warum ist die kiste dann doll wo ist die denn ja hier die geht nicht auf warte mal ich frag mal ihr seid team cloud oder die das war team cloud wir haben sie auch gekillt ja bewache mich kurz ich muss kurz was schreiben ich will jetzt nicht zeit verschwenden lassen wir wenigstens noch so lange was machen ja ab geh rüber zur base ne warte ich war nicht also wir kämpfen ja gegen den einen typen ja dann lass wenigstens zur base gehen aber ich geh immer in die falsche Richtung mein Idiot wir müssten uns irgendwie mal so einen Wegmarker machen jo nächste Folge ja geil das können wir aber heute nicht mehr aufnehmen also wenn dann erst morgen oh man ich hab die base hier offen gelassen ja sehr gut aber egal aber erstmal den ganzen kram in die kiste packen boah ich hab bei zwei herzen so einen trank genommen sicherheitshalber ne weil ich dir schnell helfen wollte ok jetzt noch ein schadens vier schwert das heißt wir könnten schadens fünf eisenschwert machen ich hab schon schadens fünf eisenschwert ja so anvil wie viel kostet es jetzt ich hab ich tue immer ein power 3 ok du hast du noch diese Hose und so wie viel kostet es denn das hier zusammenzufügen fünf level ja lass dann in den nähter komm nimm deine zeugs mit ja ja nimm ein paar anbüste mit falls einer kaputt geht ja hier die anbüste mit ja okay ja gib mir auch einen gib mir zwei oder so falls sonst wenn wir uns nämlich trennen und farmen ich hab ich hab richtig ich hab die richtig kaputten und du kriegst den halb kaputten ok ok komm dann lass jetzt noch unsere sachen machen zusammen mehr brauchen wir nicht ok gut ja leute wir haben jetzt endlich mal gefeiert nach drei jahren weil es halt auch so sehen man darf erst fighten wenn es sich lohnt man jetzt haben wir dir irgendwo ist ein job bekommen und das lohnt schon natürlich auch hier dann zusammen zu verkraften und ja also das war das team cloud warte ich ich guck nochmal vorsicht ja gut egal warte zieht ihr wahrscheinlich nicht so viel ne ja wir bauen jetzt ab ja die aufnahmezeit ist vorbei wir bauen das hier ab und nehmen die sachen dann daraus weil hä was ist denn das ja weil die hier so ein komisches ding dran gemacht haben die haben da so ein so ein komisches zeichen da deswegen können wir das nicht machen lassen die nähtaschen ich hab keine lust hier am spawn auszuloggen ok gute idee dann können wir halt nächste folge bevor wir warten dass der halt bis der mal am spawn ist können wir dann so sagen ja pass auf hier ne ähm dann können wir sagen ja wir können noch ein bisschen vorher was machen lass schnell rüber obwohl ihr lass nicht lass nicht lass dich warum nicht ja weil es drei sekunden sind oder wollen wir es versuchen ja komm wirst du nicht da drauf gekickt werden ja weil da vorne so viele pigments sind bisschen bedenken hatte muss ich ehrlich sagen egal die sind friedlich ok boah wie viele das sind ich laufe noch ein stück weiter weil ich hab ja wohl ne ich laufe noch ein bisschen weiter weil ich werde ja gleich erst gekickt ja ich werde hier glaubt nicht so ja leute ich würde sagen das war eine erfolgreiche folge was euch gefallen hat lasst natürlich wie immer direkt und bis zum nächsten mal ciao ciao ja ciao aber ich muss jetzt noch eine minute hier auf dem server ausharren so ja wenn ich jetzt die enchanter hätte und nicht du oh gott haben wir die überhaupt mitgenommen die enchanter ellen hä hast du die enchanter mitgenommen ne den hab ich verbrannt weil wir den eh nicht mehr brauchen Spaß ah sehr gut ne ich hab ihn noch ne sonst hätte ich das aber auch gemacht mit dem verbrennen weil ganz ehrlich wir sind schon full enchanter denn schaden ist eh für noobs die really kings machen das ganze in lederrüstung mit holzschwert 163 jetzt ah das ist nicht so viel so 10 sekunden hab ich jetzt noch man ist das spannend ist das spannend es ist unglaublich oh gott das waren die spannendsten 10 sekunden aller zeiten so das war's dann auch hier von meiner seite mit der aufnahme bis zur nächsten folge und die folgen immer bei mir schon weil die besser gibt tschau hm tschau so 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 so